Einstand Sag mal, was ist eigentlich mit deinem Einstand? Typisch! Einstand? Mit Einstand bezeichnet man eine kleine Feier, die in der Regel von einem neuen Mitarbeiter eines Unternehmens veranstaltet wird, um sich den neuen Kollegen vorzustellen. Er bereitet ein kleines Buffet vor und lädt sie zu einem Umtrunk ein. Die Feier dient einem Kennenlernen in ungezwungener Atmosphäre. Oftmals nutzen neue Mitarbeiter hierdurch die Möglichkeit, Hemmnisse, Ängste und vermeintliche Vorurteile abzubauen. Alles klar, Javier? Ja, alles gut. Ich gebe meinen Einstand. Ah, gute Idee. Yeah, Party! Was hat ihr normalerweise zu essen und zu trinken bei einem Einstand? Wenn wir in Spanien feiern, gibt es ein großes Buffet und Musik. Besorg Sekt, koch eine Kanne Kaffee und mach Schnittchen. Das reicht. Hackerpeterschnittchen. Und ein Bierchen für die Jungs kann auch nicht schaden. Entschuldigen Sie bitte. Ich möchte Hackerpeter. Hackerpeter ist Mett. Das ist rohes Hackfleisch. Das können Sie da drüben an der Theke kaufen. Rohes Hackfleisch? Okay. 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 Also, der Käse ist fantastisch. Danke. Meine Abuelita, Oma, hat immer so fantastische Tapas gereicht. Fein, Herr Rodriguez. Ich kann diese langweiligen Schnittchen nicht mehr sehen. Auf Ihre Oma. Danke euch. Ich bin Javier Rodriguez, der neue Mitarbeiter. Das bin Javier. Ich kann diese langweiligen Schnittchen nicht mehr als